es ist donnerstag und gerade um die mittagszeit und ich nutze jetzt gerade die zeit für einen kurzen spaziergang im wald im käfer tälerwald wohlgemerkt wo ich auch schon eine weile nicht mehr war und der himmel dann kann man jetzt gut sehen das ist deutlich kühler als noch vor zwei wochen wir haben heute den 30 september und man merkt dass es so langsam herbstlich wird aber immer noch kommt die sonne raus aber leider steht sie relativ tief so dass sie nicht mehr so gut wärmt aber ich freue mich trotzdem dass die sonne scheint und so ein geniales wetter habe für meinen spaziergang so 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 so